Bei der Option IBD Umbaubau-Elemente unterstützen Sie ergänzende Assistenten bei Ihren Umbaumaßnahmen. Sie dienen dabei zur Ermittlung von Ausbauflächen für Boden-, Seiten- und Deckenbelege. Weitere Assistenten dienen der Qualifizierung an Fassaden oder bei Veränderungen am Dach. Zusätzlich stehen Ihnen Messgehilfen zur Verfügung, die vorrangig für Sanierungsmaßnahmen am Bestand nützlich sind. Die IBD Umbaubau-Elemente ermöglichen eine transparente Mengenermittlung für die Kostenberechnung und der anschließenden Leistungsverzeichniserstellung. Mit der Option IBD Umbaubau-Elemente erhalten Sie automatisch die bereits eingegebenen Bauteile für die spätere Kostenberechnung und Leistungsverzeichniserstellung. Die Mengenkontrolle kann bereits in der frühen Entwurfsphase erfolgen. Am Beispiel der Innenwand erkennen Sie in der Mengenauswertung den Kurztext, der später im LV erscheint, sowie die Menge mit Dimension. Je Bauteilart wird eine Checkliste erstellt. Am Beispiel der Tür sehen Sie die Vorschlagswerte der Umbaumaßnahmen. Eigene Einträge sind jederzeit möglich. Anschließend werden im AFA die ermittelten Positionen je nach Gewerk angezeigt. Diese stehen für die Kostenberechnung oder der anschließenden LV-Erstellung zur Verfügung.